Hey Leute, damit auch wirklich jeder Mathe versteht, egal ob in Schule, Studium, wo auch immer, teste ich mal hier gerade eben ein neues Format. YouTube-Channel Mathe bei Daniel Jung, knapp zweieinhalbtausend Videos, Schule, Studium, alles durch, über 100 Playlisten für euch, nach Themen noch sortiert. Für die, die mir schon länger folgen, erschreckt euch nicht, das ist mal wie gesagt hier ein Test. Ich bin gespannt und ich freue mich, wenn ich euch weiter in Mathe helfen kann, mit entsprechenden Erklärungen an der weißen Tafel.